Herzlich willkommen bei Urknall, Weltall und das Leben. Das Radiobild vom Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxis wurde ja veröffentlicht vom Event Horizon Telescope Team am Donnerstag, dem 12. Mai 2022 um 15 Uhr nachmittags. Es gab eine Pressekonferenz, das Bild ging um die Welt und natürlich war es unheimlich spannend, das dann zu sehen. Erstaunlicherweise sah es ähnlich aus wie das Schwarze Loch, das schon im April 2019 aufgenommen wurde, nämlich Messie 87 Stern. Wir hatten bei Urknall, Weltall und das Leben das Bild schon vorgestellt. Der Josef hat ein Video dazu gemacht, ihr habt einige Fragen dazu gehabt und ich würde jetzt gerne ein bisschen mehr noch in die Details reingehen und das Bild besprechen im Prinzip und eure Kommentare dazu auch beantworten. Gute Unterhaltung. Das Radiobild von Sagittarius A-Stern, so heißt er, die kompakte Radioquelle, die da beobachtet wurde. Das ist assoziiert mit dem Zentrum unserer Heimatgalaxis. Entfernung von uns zu diesem Objekt beträgt ja ungefähr 26.500 Lichtjahre. Das ist relativ weit entfernt. Wir schauen auch deshalb ja in die Vergangenheit, das vergisst man vielleicht auch immer dazu zu sagen, denn natürlich breiten sich diese Radiowellen, die jetzt hier dieses Bild dann zusammengefügt haben, mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, wir sehen eigentlich das Bild, wie es etwa vor 26.000 Jahren aussah, als also hier auf der Erde Steinzeitmenschen unterwegs waren. Ich möchte erst mal was sagen zu dem Bild selbst. Das ist eigentlich ja ein Schwarz-Weiß-Bild. Das wurde nämlich bei einer ganz bestimmten Wellenlänge von diesen Radiowellen aufgenommen, 1,3 Millimeter. Der Grund ist, dass wenn wir von uns aus ja zu dem Zentrum der Milchstraße schauen, da eine ganze Menge an Material im Weg ist, Staub, Gas, Sterne. Das heißt, wir schauen eigentlich entlang der Ebene unserer Spiralgalaxie in das Zentrum hinein, denn wir sind ja selber Teil von diesem Sternkarussell und Kreisen mit dem Sonnensystem um das Zentrum der Milchstraße. Man kann bei bestimmten Wellenlängen aber sehr gut in das Zentrum reinschauen, zum Beispiel im nahen Verroten, also bei etwas längeren Wellenlängen als das sichtbare Licht, oder eben im Radiobereich, aber auch hier nur bei ganz bestimmten Wellenlängen, denn wenn die zum Beispiel von der Erde ja durchgeführt werden, was ja in der Regel der Fall ist, das sind Radioantennen, die auf der Erdoberfläche lokalisiert sind, dann würde zum Beispiel der Wasserdampf stören und deshalb muss man auch hier ganz bestimmte Frequenzen oder Wellenlängen nutzen. In Frequenzen ausgedrückt sind es 240 Gigahertz oder eben 1,3 Millimeter Wellenlänge, wo hier jetzt beobachtet wurde. Es ist also eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild. Um das dann für uns sichtbar zu machen, für unsere Augen, wird das eingesetzt, was immer wieder in der Astronomie benutzt wird, das sogenannte Falschfarbenbild. Das heißt, wenn wir ein Röntgenfoto sehen, zum Beispiel von irgendwelchen Quellen oder eben auch Nah-Infarrot-Beobachtungen, dann werden, wie von JWST, dann werden natürlich hier diese verschiedenen Wellenlängen zugeordnet einer bestimmten Farbe, die wir sehen können. Rot, Grün und Blau, RGB, sind die drei Grundfarben, die ja da benutzt werden, damit wir einen Sinneseindruck davon bekommen. Und die müssen jetzt bestimmten Filtern zugeordnet werden, wo man beobachtet. Im Fall von dem Event Horizon Telescope hat man hier eigentlich nur einen Filter, nämlich dann die 1,3 Millimeter Wellenlänge. Und hier wurde jetzt im Prinzip die Farbe zugeordnet, die wir sehen, schwarz, gelb, orange und weiß, der Intensität dieser Strahlung. Das heißt, schwarz bedeutet einfach, es ist besonders dunkel oder im Prinzip komplett schwarz. Und weiß bedeutet, es ist eine sehr hohe Intensität. Und dazwischen werden dann einfach so gelb, gelblich-orange dargestellt. Deshalb ist es eigentlich ein Schwarz-Weiß-Bild. Auch das wird ja in der Berichterstattung meistens vergessen, dazu zu sagen. Dann habt ihr auch im Kommentarbereich zum Beispiel euch gefragt, ja, warum kann man überhaupt so ein schwarzes Loch sichtbar machen? Das funktioniert eben dann, wenn wir hier ein leuchtendes Objekt in der Umgebung von dem schwarzen Loch haben. In dem Fall ist es die Akkretionsscheibe um das schwarze Loch. Das heißt, wir haben Materie, die in dieses schwarze Loch hineinstürzt, dabei zum Leuchten kommt. Und diese Strahlung können wir sehen. Es ist übrigens Synchrotron-Strahlung von Elektronen, die da sichtbar gemacht wurde. Synchrotron-Strahlung bedeutet, dass diese Elektronen, die es da gibt in dem Material, sich ja relativ schnell bewegen, aber auch abgelenkt werden von Magnetfeldlinien. Und diesen Effekt kennt man eben auch von Teilchenbeschleunigern, dass die beschleunigten elektrischen Ladungen Strahlung abgeben. Das wurde benannt nach dem Teilchenbeschleuniger Synchrotron. Deshalb Synchrotron-Strahlung. Im Prinzip können auch Protonen diese Strahlung abgeben, aber viel effizienter ist es bei den sehr leichten und sehr schnellen Elektronen, sodass hier die Strahlung viel wichtiger und viel intensiver ist. Was genau zeigt das Bild eigentlich? Wir sehen einen dunklen Fleck in der Mitte, umgeben von einem hell leuchtenden Ring, der also hier im Radiobereich offenbar strahlt. Wie kann man das interpretieren? Wir vermuten also, dass es eine Akkationsscheibe ist, also rotierendes Gas direkt in der Umgebung von dem schwarzen Loch. Diese Materie stürzt dann auch in das schwarze Loch hinein. Und weil das schwarze Loch durch seine Gravitation das Licht am Entkommen hindert, nämlich am Ereignishorizont, das gar nicht mehr möglich ist zu entkommen, erscheint dann auch das schwarze Loch selber schwarz. Diesen Effekt nennt man Gravulationsrotverschiebung. Das ist genau das, was man auch erwartet hat, was auch schon bei M87 Sternen gesehen wurde, also bei dem anderen schwarzen Loch, dessen Bild man im April 2019 veröffentlicht hatte. Das sieht also so aus, dass wir hier ein dunkles Zentralobjekt haben und wir können es deshalb sehen, weil die Umgebung leuchtet. Übrigens, wenn ein schwarzes Loch komplett losgelöst vom Rest der Welt wäre, also es gäbe keinen Akkationsstrom, auch dann würde man das schwarze Loch sehen können, denn das Universum ist ja erfüllt von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Das heißt, dann haben wir einen hell leuchtenden Hintergrund, die Hintergrundstrahlung nämlich im Mikrowellenbereich und das absolut schwarze Loch würde dann auch hier vor dem Hintergrund hervortreten. Das heißt, wir brauchen immer, wenn wir schwarze Löcher sichtbar machen wollen, irgendwelche Hintergrundquellen, irgendwelche strahlenden Objekte in der Umgebung, aber wie gesagt, die gibt es eigentlich immer. Bei einer Galaxie ist es eben so, dass wir hier Materie haben, die das schwarze Loch füttert. Materie, die in das schwarze Loch hineinstürzt. Und da hängt es jetzt davon ab, wie schnell, wie viel Materie da auch hineinstürzt, wie viel Materie pro Zeit. Das ist die sogenannte Akkretionsrate, also wie viel Kilogramm pro Stunde, könnte man sagen, oder die Astronomeinheit ist eben Sonnenmassen pro Jahr. Wie viel Materie fällt da hinein? Und das bestimmt dann eben auch die Helligkeit von der Umgebung des schwarzen Lochs. Besonders auffällig ist es ja bei den berühmten Quasaren, das sind aktive schwarze Löcher, sehr viel Materie fällt da pro Zeit ein. Deshalb wird die Umgebung auch sehr, sehr hell. Anderes Beispiel sind eben Radiogalaxien. Aber bei dem Zender Milchstraße ist es eben so, dass wir hier ein schwarzes Loch haben, was schon eine Weile eben existiert und hungert. Es gibt nicht genug Materie, die hineinstürzen kann. Und deshalb befindet es sich eine Art Of-Zustand. Nichtsdestotrotz ist immer ein bisschen Materie da. Und deshalb bildet sich auch in diesem Fall eine Akkretionsscheibe aus. Das habt ihr im Kommentarbereich von Josefs Video zu dem Thema auch angesprochen. Vollkommen richtig. Aber wie gesagt, es gibt immer Materie und deshalb auch immer eine mehr oder weniger ausgeprägte Akkretionsscheibe. Dieser helle Plasma-Ring, der sich um das zentrale Objekt befindet, hat ungefähr einen Durchmesser von 52 Mikrobogensekunden. Diese ungewöhnliche Einheit gibt einen Winkel an. Und wenn wir, das war der Vergleich, der auch immer in der Presse dann gefunden wurde, auch in der Pressemitteilung, wenn wir einen Donut auf den Mond legen würden und von der Erde aus betrachten würden, dann hättet ihr eben genau diese Größe, diesen Winkel von nur 52 Mikrobogensekunden. Mikro steht für Millionstel, die Bogensekunde steht für den 3600. Teil von einem Grad. Das heißt, es ist einfach ein wahnsinnig kleiner Winkel, unter dem das Objekt gesehen wird. Aber es ist eben jetzt erstmals gelungen, mit Hilfe der verschiedenen Teleskope das aufzunehmen. Stichwort Teleskope und Stichwort Beobachtung. Die Daten wurden schon im April 2017 aufgenommen, damals mit acht Teleskopen. Und zwar acht Radioschüsseln, Radioteleskopen, die sich auf der Welt verteilt befinden. Auf Hawaii, in Nordamerika, in Südamerika, in Spanien, also Europa, und auch in der Antarktis. Die Teleskope hatten dann die Aufgabe, alle zur gleichen Zeit, nämlich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen, dann zu dieser Position zu schauen, wo sich das Zennwer-Milchstraße befindet. Von uns aus gesehen ist das das Sternbild Schütze. Wie gesagt, die 25.600 Lichtjahre entfernt ungefähr. Dort mussten die alle gleichzeitig hinschauen. Das war gar nicht so einfach. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Interview auch gesehen von den Leuten, die da beteiligt sind, von den Radioastronomen, Radioastronomen, die da wirklich beobachtet haben. Denn es muss gewährleistet werden, dass auch wirklich die Teleskope beobachten können während dieser Kampagne. Wenn nur eines ausfällt, ist die gesamte Beobachtung eben gefährdet. Die Einzelteleskope sind ausgestattet mit Atomuhren, sodass man also hier die Beobachtungen auch sehr genau miteinander korrelieren kann. Das ist nämlich dann der nächste Schritt, dass die Einzelbeobachtungen dieser acht Teleskope zusammengeführt wurden mithilfe von einem Supercomputer, man spricht von einem Korrelator, dass man hier die Daten zu einem Bild zusammenfügen kann. Das ist sehr aufwendig. Da fließt auch sehr viel Know-how ein. Das ist auch mit Sicherheit nicht im Detail so leicht zu verstehen. Es ist auf jeden Fall so, dass man hier über das Verfahren der Apertursynthese, wie man das nennt, im Prinzip eine Art Riesenschüssel, eine Riesenradioschüssel synthetisiert, die so groß ist wie die gesamte Erdkugel. Und auf dieser Riesenschüssel gibt es also bestimmte Bereiche der Fläche, die von diesen Einzelteleskopen abgedeckt werden. Damit ist es klar, dass es umso besser ist, je mehr Einzelteleskope ich da auch hinzufügen kann. Und genau das hat auch mittlerweile das Event Horizon Telescope Team geschafft. Jetzt haben wir nämlich mittlerweile sogar elf Radioteleskope, die hier Daten sammeln. Das heißt, die Bilder werden dann auch immer besser und immer schärfer werden, die hier gewonnen werden im Radiobereich. Ich war persönlich sehr begeistert von dem Ganzen, denn wie gesagt, die Erwartungen haben sich da auch erfüllt, was die Astrofans schon immer erwartet haben. Wenn ein schwarzes Loch in irgendeiner Form abgebildet werden kann, dann muss es natürlich schwarz erscheinen, denn es hat einen Ereignishorizont. Dieser Ereignishorizont markiert die Grenze, wo keinerlei Signale mehr entkommen können, keine elektromagnetischen Wellen, keine Gravitationswellen. Das heißt, wir haben hier die absolute Schwärze, die beginnt. Das Hauptproblem ist eben aber, dass wir sehr, sehr scharfsichtige Teleskope brauchen, die also winzige Bereiche auflösen können, um überhaupt diesen winzigen Ereignishorizont abzubilden. Die Kandidaten, die schon seit vielen Jahren, bevor diese ganzen Bilder gelungen sind, bekannt waren, sind Messier 87 und der Simmer-Millstraße, einfach deshalb, weil wir hier die optimale Kombination haben aus Größe des Schwarzen Lochs, also wie groß ist seine Masse, und Entfernung. Kurioserweise ist es nämlich so, dass die beiden schwarzen Löcher in Messier 87, einer elliptischen Galaxie, in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung, hier haben wir ein Schwarzes Loch mit 6,5 Milliarden Sonnenmassen, dass das von der scheinbaren Größe am Himmel, wie groß ist der Ereignishorizont, etwa genauso groß ist, wie das Schwarze Loch im Zentrum-Millstraße, obwohl dieses Schwarze Loch nur 4,3 Millionen Sonnenmassen hat und uns aber dafür viel näher steht. Das heißt, das, was es an eben geringerer Masse hat, ungefähr einen Faktor 1500, hat es dafür, ist es uns näher und erscheint deshalb aus Gründen der Nähe uns größer. Also in etwa sind beide Schatten, wie man das nennt, von Messier 87 Stern auf der einen Seite und Sagittarius 87 auf der anderen Seite, in etwa gleich groß. Wenn wir es mit den vielen Stellan-Schwarzen Löchern vergleichen, die man ja kennt, wo es einige Kandidaten gibt, die haben vielleicht 10, 20 oder 30 Sonnenmassen, dann sind die einfach durch die geringere Masse viel, viel zu klein und können selbst mithilfe dieser Methoden von der Radioastronomie nicht aufgelöst werden. Da ist also noch Zukunftsmusik viel zu tun. Die extrem massereichen Schwarzen Löcher mit Millionen bis Milliarden Sonnenmassen, das sind die spannenden Ziele für diese Beobachtung. Ich war selber sehr begeistert dann von den Bildern von M87 Stern und Sagittarius A Stern, denn es erfüllt sich genau das, was in der Theorie man erwartet. Wie gesagt, es gibt einen dunklen Flecken und man erwartet ja auch, dass Schwarze Löcher akkretieren. Das heißt, es gibt Materie, die da hineinstürzt und ich hatte das in meiner Diplomarbeit ja vor über 20 Jahren schon berechnet und insofern war ich schon auch von der Theorie her bekannt. Es gab viele andere Gruppen weltweit in der Theorie, die solche Bilder hergestellt haben. Da war ich also nicht der Erste, aber man hat eben dann doch diese Genugtuung als Theoretiker, die man empfindet, wenn genau das, was man erwartet hat, auch in der Beobachtung so eintritt, wie wir das geglaubt haben. Man sieht im Prinzip die Scheibe, die also einen gewissen Neigungswinkel hat und sie bewegt sich im Gegenuhrzeigersinn von euch aus betrachtet, hat sie ein Dresen gegen den Uhrzeigersinn. Und dann hatten wir ja schon öfters darüber gesprochen, der Bereich der Scheibe, der auf den Beobachter zurotiert, wird blau verschoben, der Bereich der Scheibe, der vom Beobachter wegrotiert, wird rot verschoben. Blau und Rotverschiebung haben nicht nur eine Farbänderung, also sprich eine Verschiebung der Wellenlänge zur Folge, sondern auch eine Verdunklung bei einer Rotverschiebung und bei einer Blauverschiebung einen Aufhellen. Die Intensität nimmt dann also zu. Das heißt, der Bereich von der Scheibe, der auf euch zurotiert, wird heller und der andere wird dunkler. Und das sind im Wesentlichen auch die Effekte, die man glaubt, hier in diesen Plasmaringen zu sehen. Wir haben also hier Effekte der Orientierung dieser Scheibe. Ja, was sehen wir noch? Das, was vielleicht das Erste ist, was auch dem Laien sofort dann aufgefallen ist, wenn wir Messier 87 Stern vergleichen mit Sagittarius A-Stern, dann gibt es hier drei helle Flecken in dem leuchtenden Plasmaringen. Und natürlich würde man jetzt sofort versuchen wollen, das irgendwie physikalisch zu interpretieren. Die große Frage ist aber, ist es überhaupt Physik, was da eine Rolle spielt? Denn dieses Bild wurde ja von mehreren Teleskopen über fünf Nächte aufgenommen. Und dann wurde über Bildbearbeitung von Teams, die ja daran gearbeitet haben, wurden Bilder generiert mit Algorithmen. Das heißt, man muss dann auch genau drinstecken und sich fragen, ja, wie werte ich jetzt eigentlich diese vielen Messdaten dann aus und mache daraus ein Bild? Denn ein Hauptunterschied ist ja, wenn wir bei Sagittarius A-Stern hinschauen, durch die geringere Lochmasse sehen wir hier an dem Narv am schwarzen Loch, wo dieser Umlauf stattfindet, sehen wir Materie, die nur wenige Minuten braucht, um das schwarze Loch zu laufen. Bei M87 Stern sind es eher Tage oder Wochen. Das war auch der Grund, weshalb es so lange gedauert hat, nämlich mehr als drei Jahre, bis man eben überhaupt das Bild, das Radiobild vom schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße gewonnen hatte, weil man hier einfach diese Messdaten auch erstmal verstehen musste und auch natürlich sinnvoll zusammenführen musste. Und das Ganze auch in einer viel kürzeren Zeitskala vonstatten geht als beim Messier 87. Wir sehen also jetzt hier ein gemitteltes Bild, könnte man sagen, von diesen fünf Beobachtungsnächten und es zeigt drei helle Flecken. Sind diese hellen Flecken echt? Wenn wir in die Publikation reinschauen, und zwar hat ja das Event Horizon Telescope Team fünf Papers veröffentlicht zu dem Thema, die auch alle dann bei dem Astrophysical Journal Letters erschienen sind im Mai 2022. Wir machen die auch alle verfügbar in der Videobeschreibung, setzen da den Link hin, denn die sind sogar öffentlich einsehbar, also jeder kann da reinschauen. Es sind natürlich wissenschaftliche Publikationen, auf Englisch geschrieben von Experten, ist also nicht so ganz leicht zu verstehen, man muss sich da ein bisschen reinlesen und deshalb machen wir ja auch das Video hier, damit jeder so ein bisschen Einblicke bekommt, was da die wesentlichen Punkte waren. Und wenn wir da reinlesen, also ich habe da ein bisschen versucht zu verstehen, das war so meine erste Frage, als ich das Bild gesehen habe, die drei hellen Flecken, ist das Physik, gibt es da eine Interpretation? Und da schweigen sich diese fünf Papers mehr oder weniger darüber aus. Es gibt natürlich verschiedene Modelle, die man jetzt hernehmen kann, Aggressionsmodelle, um diese Verhältnisse zu simulieren und dann das Ganze zu vergleichen mit dem Beobachtungsbild. Es gibt natürlich auch interessante Ideen, was das sein könnte, die hellen Flecken. Es könnte zum Beispiel ein Hotspot sein, wie man das nennt, ein heißer Fleck auf der Aggressionsscheibe, der um das schwarze Loch herumläuft. Und wir würden dann vielleicht, wenn wir da drei Flecken haben, die über mehrere Tage aufgenommen wurden, könnte es ja sein, dass es derselbe Fleck ist, der einfach dann von einem Punkt zum nächsten springt, wäre eine mögliche Interpretation. Kann aber keiner wirklich sagen, ob das stimmt, weil es eben ja einfach ein Mittelungsbild ist, was da jetzt interferometrisch ja auch gewonnen wurde. Es ist sozusagen ein zusammengeschaltetes Bild von mehreren Teleskopen und insofern nicht so ganz leicht zu verstehen. Was auch in Frage kommt, das war von euch eine Frage im Kommentarbereich, ist es vielleicht so ähnlich wie bei diesen Gravitationslinsenbildern, also wo wir dann eine Linse im Vordergrund haben und das Licht wird von der Linse abgelenkt und wir sehen dann verschiedene helle Flecken, wie bei so einem Vierfach- oder Fünffach-Quasar. Das ist eine schöne Idee, würde ich jetzt hier nicht unbedingt damit in Verbindung bringen, denn wir haben jetzt hier einen Aggressionsschluss, der vermutlich optisch dick ist, wie wir sagen, also wo die Strahlung nicht einfach durchlaufen kann. Insofern schwierig, wie man das Ganze jetzt interpretieren soll, diese drei Flecken. Also wie gesagt, ich würde da eher nochmal abwarten und nicht zu viel reinstecken. Aber natürlich, als das Bild jetzt auch publik wurde, gab es auch die ersten Kritiker, die gesagt haben, ja ist denn dann auch überhaupt dieser Schatten vom Schwarzen Loch auch echt oder ist das vielleicht auch ein Artefakt der Bildbearbeitung, ist eine berechtigte Kritik. Da vertraue ich voll und ganz auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt auch diese Arbeiten begutachtet haben. Denn wenn das erschienen ist in einem Fachjournal, gab es natürlich den Peer-Review-Prozess. Das bedeutet, diese Papiere wurden erstmal an ein Gutachterteam übergeben, die das Ganze geprüft haben und gesagt haben, ist da was dran, hat es Hand und Fuß und so weiter. Und das wurde ja begutachtet und dann auch für gut befunden. Aber natürlich können nur wirklich die Experten, die auch direkt wissen, wie die Bilder zustande gekommen sind, auch beurteilen, ob das Ganze wirklich ein Artefakt ist oder kein Artefakt. Es gab zum Beispiel auch Bilder und das war natürlich auch in der Anfangsphase offenbar das Problem, Bilder, die nicht so klar diesen Schatten des Schwarzen Lochs gezeigt haben. Und insofern muss man natürlich dann Daten sammeln, weiterhin Daten sammeln. Das passiert natürlich dann auch hier, dass weitere Radiowellen aufgenommen werden, um mit anderen Teleskopen hier draufzuschauen auf das Zentrum der Milchstraße. Eine Sache war sehr kurios, auch das habt ihr im Kommentarbereich angesprochen, nämlich die Orientierung. Wie zeigt das Schwarze Loch zu uns? Wie sind wir lokalisiert? Das ist ja bekannt, wir befinden uns in einer Spiralgalaxie. Das heißt, es gibt ein Karussell von einigen hundert Milliarden Sternen von Gas und von Staub, der rotiert um das Zentrum der Milchstraße. Wir rotieren mit dem Sonnensystem mit, aber wir sind ja Teil dieses Karussells. Das heißt, wenn wir zum Zentrum der Milchstraße schauen, schauen wir genau entlang dieser Ebene der Galaxie. Das Radiobild von dem Event Horizon Telescope zeigt aber jetzt hier offenbar ein schwarzes Loch in einer Orientierung, wo wir von oben sozusagen draufschauen. Man spricht dann von Face-on. Damit ist gemeint, wir schauen im Prinzip auch entlang der Drehachse. Das war nämlich eine Geschichte, die hier rauskam, dass wir im Prinzip von oben auf das schwarze Loch entlang der Drehachse schauen. Das hat viele von euch im Kommentarbereich auch umgetrieben und offenbar verwirrt. Mich hat es ehrlich gesagt auch verwirrt. Aber man muss berücksichtigen, dass nicht notwendig die Drehachse der Galaxie übereinstimmen muss mit der Drehachse vom schwarzen Loch. Es gibt tatsächlich auch einige Beispiele, die in der Astronomie bekannt sind, wo das schwarze Loch komplett anders orientiert sein kann. Also im Prinzip weiß auch nicht unbedingt das schwarze Loch etwas von dem Rest der Galaxie. Man spricht von einem Disc Warping und meint damit, dass diese Scheiben gekrümmt werden. Und zwar hat ein rotierendes schwarzes Loch die Eigenschaft, dass die Materie in die Äquator-Ebene von dem schwarzen Loch hineingezwängt wird. Das heißt, ganz egal wie von außen die Materie in der Scheibe orientiert ist, kurz vorm schwarzen Loch zwingt auf jeden Fall das rotierende schwarze Loch dieses Material in eine Vorzugsebene, nämlich die Äquatorialebene, nämlich senkrecht zu der Drehachse. Dieser Effekt wird Bardeen-Patterson-Effekt genannt. Der ist also schon längere Zeit bekannt. Und das ist vielleicht auch hier dann der Fall. Das hätte also die kuriose Konsequenz, dass wir zwar entlang der Milchstraßenebene und unserer Scheibenebene der Galaxis schauen, aber dass dann trotzdem dieses schwarze Loch anders orientiert ist und die Drehachse ziemlich genau auf uns zeigt. Das sagen zumindest die Vergleiche von Modellen mit dem beobachteten Radiobild von dem Event Horizon Telescope. Es wurde in dem Paper von Best-Bet-Parametern gesprochen. Damit ist gemeint, dass man also bestimmte Eigenschaften für den Neigungswinkel der Drehachse des schwarzen Lochs und seinen Rotationszustand hat. Diese beiden Wertepaare liegen entweder bei 0,5 und 30 Grad. Das bedeutet, dieser Kehrparameter ist ein Rotationsparameter, der von 0 bis 1 variieren kann. Wenn er bei 0,5 liegt, ist es also etwa die Hälfte, wäre also eine moderate Rotation. Das ist ein Drehimpulsparameter. Und 30 Grad bedeutet, dass wir also etwa entlang der Drehachse schauen. Exakt auf die Drehachse wäre 0 Grad, 30 Grad ist dann also leicht versetzt. Das zweite Wertepaar, was favorisiert wird, liegt bei einem Kehrparameter von 0,94 und nur 10 Grad Inklination. Das würde also bedeuten, das schwarze Loch würde fast am Maximum rotieren, hat aber dann hier eine Neigung, die sogar noch geringer sein muss, nämlich eben etwa bei 10 Grad. Dann gucken wir also wirklich ziemlich entlang der Drehachse auf dieses Loch drauf. Ob sich das bewahrheitet, werden auch auf jeden Fall die weiteren Beobachtungen dann zeigen, die stattfinden werden. Aber das ist so Stand der aktuellen Analyse, der Stand der Dinge. In den Modellen wurde ein GR-MHD-Modell zugrunde gelegt. Damit ist gemeint, dass man hier magnetohytrodynamische Simulationen durchgeführt hat. Das sind Simulationen, die das Verhalten des Plasmas in der Nähe von einem auch sogar rotierenden schwarzen Loch beschreiben. GR steht für General Relativity, also für die allgemeine Relativitätstheorie. Das heißt, man hat hier zugrunde gelegt, dass sich das Material auf der gekrümmten Raumzeit eines rotierenden schwarzen Lochs bewegt. Es ist sogar ideale Magnetohytrodynamik ideal bedeutet, dass diese verschiedenen Magnetfelder, die dann da auftreten, sich nicht gegenseitig zerstören können. Normalerweise würden Magnetverlinien unterschiedlicher Polarität eine Art Kurzschluss hervorrufen und würden dann vernichtet werden. Bei der idealen MHD, also bei der idealen Magnetohydrodynamik, ist das nicht möglich. Das ist einfach auch der Komplexität des Problems geschuldet. Natürlich würde man sehr gerne das Ganze nicht ideal rechnen. Genauso ist auch die Strahlungskühlung nicht berücksichtigt. Damit ist gemeint, dass das Plasma ja Strahlung, elektromagnetische Wellen abgibt, dabei Energie verliert. Und das hat natürlich dann ein Feedback, eine Konsequenz für die Bewegung des Plasmas, weil es ja dann weniger Energie hat. Aber auch das wurde jetzt bei den ersten Untersuchungen nicht berücksichtigt, einfach weil das Problem eben sehr, sehr komplex ist. Da muss man abwarten, was da weitere Simulationen ergeben und auch hier der Vergleich mit den Beobachtungen ergibt. Aber es ist so eine erste Analyse. Und ein Modell, was hier besonders hervorgehoben wurde, war MAD, wie das genannt wurde, M-A-D. Damit ist gemeint, man hat einen Akkretionsfluss, der mit Magnetically Arrested Disc soll dieses MAD bedeuten. Das heißt, wir haben so starke Magnetfelder, dass sie das Plasma eben auch in bestimmte Richtungen zwängen können, auch sogar dafür sorgen können, dass die Akkretion gar nicht mehr stattfindet. Und das war das Modell, was am besten gepasst hatte zu den Beobachtungen. Wenn man in die Papers reinschaut, wurden da verschiedene Akkretionsmodelle zugrunde gelegt. Und MAD, wie das eben heißt, hat dann am besten gepasst und führte eben dann zu der Erkenntnis, dass das schwarze Loch moderat bis sehr schnell rotieren muss und eben einen Akkretionswinkel aufweisen muss, der kleines, kleiner als 30 Grad, vielleicht sogar nur 10 Grad beträgt. Ausgeschlossen war von den Modellen eine Edge-on, also eine Sichtweise auf der Kante, dass wir sozusagen, so wie wir es vielleicht erwartet hätten, dass wir auf die Seite schauen von diesem schwarzen Loch und dass die Drehachse schön senkrecht zu unserer Blickrichtung orientiert ist. Das ist offenbar, ergibt zumindest jetzt hier die Analyse, nicht der Fall. Wichtiges Thema, wenn wir von dem schwarzen Loch im Zentrum der Milchstraße reden, ist die Frage, gibt es Jets oder nicht? Ihr erinnert euch, die Jets sind die Materiestrahlen, die herausgeschossen werden bei schwarzen Löchern. Diese Materie hat dann fast Lichtgeschwindigkeit. Man beobachtet sie auch, die Jets, bei den aktiven Galaxienkernen, bei Quasaren, bei Blasaren, bei Radiogalaxien. Und das ist eben ein hervorstechendes Merkmal. Zum Beispiel auch bei der Galaxie Messier 87 ist es sogar ja im optischen Bereich, wie wir im Video gezeigt haben, zu sehen. Man sieht so eine kleine filamentartige Struktur, die aus dem Zentrum dieser Galaxie herauszukommen scheint. Wir sehen aber nicht den zweiten Jet. Das liegt immer daran, dass wir hier auch wieder den Doppeleffekt haben. Wenn der Jet in etwa zum Beobachter zeigt, dann wird er blau verschoben und wird heller. Zeigt er wiederum vom Beobachter weg, dann wird die Strahlung unterdrückt durch den Doppler-Rot-Verschiebungseffekt. Und dann wird die Strahlung eben energieärmer und sie wird auch dann von der Intensität her geringer. Deshalb sieht man auch häufig nur einen Jet, obwohl es typischerweise immer zwei geben muss. Von der Theorie her ist klar, wie die Verhältnisse sind. Wir haben ein geometrisches Setup, wo wir also eine Aggressionsscheibe haben, wo das Material von einem großskaligen Plasmatorus von weit außen auf das Zentrum durch die Gravitation angezogen wird. Es gibt verschiedene Effekte. Wir haben durch den Drehimpuls die Rotation dieses Materials, die Ausbildung einer Scheibe. Es gibt diverse Instabilitäten, die man auch in der Aggressionsphysik kennt. Die wichtigste davon ist die Bulbos-Horley oder auch magnetische Rotationsinstabilität, MRI genannt, die in dem Aggressionsfluss dann stattfindet. Das führt dazu, dass wir hier, also wenn das Material eben auch heiß wird, haben wir ja ein Plasma. Es gibt Magnetfelder, die sich dann ja aufbauen. Das heißt, die elektrischen Ladungen, die sich hier bewegen, die beschleunigt werden, die erzeugen auch ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld koppelt sozusagen verschiedene Plasma-Elemente innerhalb der Scheibe aneinander. Da kann es eben dann zu einer Art ruckartigen Instabilität kommen, die dazu führt, dass das Material also nach und nach auch in das schwarze Loch hineinfällt und hineingefüttert wird. Das versteht man relativ gut auch von den Simulationen her. Man beobachtet, wie gesagt, dann auch, dass es zu Ausschlüssen kommen kann. Das sind ja verschiedene Mechanismen, die möglich sind. Wind zum Beispiel, so ähnlich wie bei der Sonne, dass wir also hier die Möglichkeit haben, dass magnetische Flussröhren aus dem Plasma heraus das Material ziehen können. Wie bei der Sonnenoberfläche, dann sehen wir zum Beispiel Protoperanzen und verschiedene koronale Massenauswürfe, wie es bei der Sonne genannt wird. Ähnliche Effekte haben wir auch auf so einer Plasma-Akkretionsscheibe, dass hier eben Magnetfelder das Material herauszehren können. Und wenn es dann daraus kommt, hängt es eben davon ab, wird es da gerade natürlich bewegt in der Aggretionsscheibe mit einer bestimmten Geschwindigkeit, gibt es dann eine Geschwindigkeitskomponente. Das Material kann abströmen, kann einen Wind bilden und der kann eben durch weitere Magnetfelder auch kollimiert werden, das heißt gebündelt werden zu einem Jet. Das ist die eine Möglichkeit aus der Scheibe und wir hatten ja schon darüber gesprochen, das war der Blantford-Paint-Prozess, wie das genannt wird. Blantford-Snipe-Prozess ist direkt eben in der Nähe von einem schnell rotierenden schwarzen Loch wichtig. Dann werden diese Materialien durch das schnell rotierende Loch in der Nähe von dem Ereignishorizont eben durch das Verzwirbeln und Verdrillen der Magnetfeldlinien wird dieses Material dann eben mitverzwirbelt. Wenn die Magnetfeldlinien dann nicht ideal berechnet werden, können sie dann kurz schließen, Rekonnektion, wie man das nennt. Und diese Energie, die in dem Feld gespeichert war, kann übertragen werden auf das Plasma, sodass dann hier das Material herausgeschossen wird mit hohen Geschwindigkeiten. Das möchte man sehr genau verstehen natürlich, indem man mit dem Event Horizon Telescope auf diese schwarzen Löcher sehr genau drauf schaut, um dann zu verstehen, gibt es Jets, werden Jets entstehen. Und bei Sagittarius A-Stern hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt erwartet, dass da Jets sich bilden können. Es ist ja kein aktiver Galaxienkern, das bedeutet, das schwarze Loch hungert. Es gibt wenig Materie pro Zeit, die in das Zentrum hineinstürzt. Und deshalb wäre es dann schon erstaunlich, wenn da jetzt Jets auftreten würden. Das können aber jetzt diese neuen Beobachtungen nicht ganz ausschließen. Das ist eher so, dass das Event Horizon Telescope mit den Bildern und dem Material, was da jetzt eben gefunden wurde, dass es dafür spricht, dass es tatsächlich auch Jets, einen Jetausfluss gibt. Nicht so dominant wie bei den Quasaren, aber eben doch ein Ausfluss, der da eben eine Rolle spielt. Die große Frage ist natürlich, was befindet sich in dem schwarzen Loch? Ist es überhaupt ein schwarzes Loch? Und auch da findet man in den Event Horizon Telescope Papers einiges dazu. Es gibt ja Alternativen zum schwarzen Loch, eine nackte Singularität, eine Singularität, die sichtbar ist, also nicht verhülltes von einem Ereignishorizont. Es gibt aber auch sehr kompakte Objekte, die Alternativen sind zum schwarzen Loch, auch zum Beispiel Bosonensterne, die bestehen also aus bosonischen Teilchen, also Teilchen mit ganzzahligem Spin, die man auch sehr kompakt zusammenpacken kann. Und die Frage ist eben, ist es wirklich ein schwarzes Loch, was wir da sehen? Gibt es Hinweise auf den Ereignishorizont? Auf jeden Fall gibt es Hinweise auf diesen Gravitationsrotverschiebungseffekt. Genau so wird dieser dunkle Fleck, den man jetzt in diesen Radiobildern sowohl von Messier 87 Stern als auch von Sagittarius A Stern beobachtet hat, gedeutet. Und wie es so schön heißt in dem Paper, es ist konsistent mit der allgemeinen Relativitätstheorie, nämlich mit einem schwarzen Loch, das rotiert und das durch die Kehrmetrik beschrieben wird. Die Kehrmetrik ist eine bestimmte Lösung, die ja zur Feldgleichung von Einstein gehört, die 1963 gefunden wurde. Und das ist diejenige Lösung, die schwarze Löcher im Kosmos am besten beschreibt, weil es viele gibt, von denen man eben auch annimmt, dass sie rotieren. Es wurde aber auch untersucht, ob Abweichungen von dieser Kehrlösung möglich wären. Das kann man nicht ganz ausschließen, aber es wurden eben einige Alternativen ausgeschlossen. Wie gesagt, die nackte Singularität, bestimmte Bosonsternlösungen wurden auch ausgeschlossen. Aber man muss eben unterm Strich sagen, es ist wohl konsistent mit dem rotierenden schwarzen Loch, aber man muss auch hier weitere Beobachtungen durchführen, um sich ganz sicher zu sein. Wenn ihr mich persönlich fragt, glaube ich, kann man das nur mithilfe von Gravitationswellen nachweisen, weil man hier noch viel genauer auf die Metrik draufschauen kann. Das hatten wir ja bei der Diskussion des Chirps-Signals, wenn zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen, mal angesprochen, wenn man da in diesen Ringdown-Teil des Signals guckt, also in das letzte Stück, bevor dann das Ganze wieder abeppt und die Gravitationswelle komplett verklingt. In diesem letzten Stück des Signals sieht man ja viele Eigenschaften von dem Endobjekt, was da entstanden ist. Und ich glaube eher, dass man nur mithilfe von Gravitationswellen sich ganz sicher sein kann. Aber das ist eben das Spannende an der Forschung, diese verschiedenen Beobachtungen im elektromagnetischen Bereich, mithilfe von Gravitationswellen und so weiter, das fügt sich zu einem Bild zusammen, wo man hinterher eben dann eine überzeugende Evidenz bekommt. Der Ausblick sieht so aus, dass die Event Horizon Telescope-Beobachtungen weitergehen. Weitergehen. Schon im März 2020 hat ein EAT-Astronom gesagt, gab es hier weitere Beobachtungen. Diese Daten sind natürlich noch nicht publiziert, die müssen erst ausgewertet werden. Das dauert auch seine Zeit. Aber wir dürfen davon ausgehen, weil ja jetzt elf Teleskope dann gemeinschaftlich beobachten und sich hier ein virtuelles Teleskop zusammenfügt, was dann ja viel mehr Bereiche auf dieser virtuellen Teleskopfläche abdeckt, als nur mit acht Teleskopen, dass diese Bilder auf jeden Fall besser sein werden. Und das ist auch das erklärte Ziel. Anton Zensus, stark beteiligt an den Beobachtungen Radioastronomen von dem Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Er hat gesagt, dass man eben wirklich das Ziel auch hat, Filme herzustellen. Das heißt, man erwartet, dass man wirklich sehen kann, wie dann auch diese Variabilität im Minutenbereich sichtbar wird, wenn wir eben weitere Beobachtungen sehen können. Sodass man tatsächlich auch sehen kann, dass zum Beispiel sich Flares entwickeln. Das ist ja kein statischer Vorgang. Wir haben hier ein aktives schwarzes Loch, wo mal Material angeschwemmt wird. Wir haben Hotspots, die wahrscheinlich da umlaufen. Das heißt, das Ziel wird sein, hier noch viel besser in die Dynamik hineinschauen zu können und auch besser sagen zu können, ob es wirklich einen Jet gibt oder nicht. Das werden die nächsten Beobachtungen zeigen. Wir werden natürlich berichten. Bis dahin. Bis dahin.